Das war die letzte Limo heute. Der Kwampert macht gleich einen Kassensturz. Er hat ja so schon im Simi gesagt, dass er heute nicht mehr kommt. Bringst du mir einen Obstlein? Im Ernst? Spatzel, du hast doch dein ganzes Leben noch nie einen Tropfen Alkohol drungen. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die ist beim Rummiabend. Kann da auch einen Wodka bringen. Den riecht man nicht oder so. Hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens, ja? Aber ihre Tochter wird seit Montag, Mittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass hier was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Maikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Coratabank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017